Guten Tag meine Damen und Herren, wir berichten hier live von der IFA 2012. Die neuesten Techniktrends werden wir erläutern. Wir werden uns um viele andere Dinge kümmern, zum Beispiel auch um die Publikumsbetreuung. Es gibt nämlich hier einige Sachen, die sehr interessant sind hier auf der IFA, die wir uns persönlich vor der Sendung schon mal angeschaut haben. Wir werden aber auch außerdem das große Gewinnspiel fahren, das heißt das große Gewinnspiel hier von der IFA 2012, wo Sie alle mitmachen konnten. Und da werden wir quasi dann den Hauptpreis heute verlosen und auch noch ein paar Trostpreise sind dabei. Ich lade Sie, meine Damen und Herren, herzlich ein, hier auf der IFA 2012 bei uns dabei zu sein und wünsche Ihnen viel Spaß hier bei uns in der Sendung. Dankeschön.